Hallo. 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 Hi. Hallo. Wie heißt sie? Romy. Und? Ich bin Mekki. Mekki. Hallo. Hallo. Marco. Alex. Freut ihr euch? Ich bin schon so aufgeregt, mal einen Spieler aus dem Nati zu sehen. Wer ist denn dein bester Freund im Verein? Mein bester Freund? Oh, vielleicht der Halstenberg. Wir sind auch zusammen im Zimmer, wenn wir Auswärtsfahrten haben. Jetzt sitzen alle die Reporter, stellen die Fragen. Ach so. Dann haben die Kaffee hier. Ach so. Und dann stellst du die Fragen. Woher kommst du? Woher ich komme? Ich komme aus Dänemark. Ich wohne jetzt seit fünfeinhalb Jahren in Leipzig. Ja. Was ist hier eigentlich so? Was wer ist? Da komme ich noch später zu sprechen. Das zeige ich euch, wenn wir in die Kantine sind. Wie ist er ja nichts wie mein Happy Meere oder so? Nee. Kannst du da hoch? Oh. So, hier ist der. So viele Schuhe. Das sind die Schuhe. Was ist, wenn man die jetzt hier rein stellt? Das ist wie ein Ofen. Dann werden die warm. Dann kriegst du keine kalte Füße im Winter. Boah. Die sind ja voll gut wieder. Und die sind ganz cool. Genau. So. Und dann wieder hoch. Ohne festhalten. Oh. Ich habe ja auch ein viel zu kurzes Bein. Ja, das stimmt. Mal gucken, ob da aufgeräumt ist. Ach gut. Ja. Komm rein. So sieht es aus bei. Das hatten wir auch. Fast wie ein Urlaub. Fast wie ein Urlaub. Genau. Also hast du hier fast jeden Tag Urlaub. Ja. Genau. Genau. Das ist halt unser Chillraum. Die Stufe sozusagen. Genau. Die Wohnzimmer. Jetzt kommt's. Jetzt. Guck. Kannst du da zweimal nehmen oder jeder nur einmal? Essen? Ja. So viel wie wir es schaffen. So viel wie wir es schaffen. So viel wie wir es schaffen. Dürft ihr Dessert essen da? Das ist zu 99 Prozent zuckerfrei, glaube ich. Ach so. Also keine Dessert. So viel wie wir es haben geworden. So viel wie wir bien JUDGMARK BELD revolutionen. An diesem Tag. Und der Hauptsstation hat den Prinzip der Haupts attention. Vielen Dank.